hallo mein name ist martina dörr und ich arbeite beim evangelischen fundraising service in hannover heute soll es um das thema ziele in der fundraising planung gehen es ist ganz wichtig dass sie sich ziele setzen und ja die auch so genau wie möglich definieren denn das ist so ähnlich wie beim navigationssystem sie müssen zuerst das ziel eingeben dann wird die route berechnet und dann können sie losfahren denn sonst landen sie hinter irgendwo aber ganz bestimmt nicht da wo sie eigentlich hin wollten um ziele möglichst genau zu definieren gibt es eine bestimmte methode die nennt sich smart fragen sich vielleicht nun wofür steht denn dieses smart vielleicht kennen sie es auch schon oder sie haben schon mal gehört es steht für spezifisch steht für messbar steht für attraktiv oder auch abgestimmt er steht für realistisch und t steht für terminiert jetzt möchte ich noch mal auf die einzelnen punkte eingehen es bedeutet ja spezifisch das heißt dass ziele so genau wie möglich formuliert und definiert werden also ganz klar und eindeutig m steht für messbar ja woran kann ich messen dass mein ziel erreicht wurde angenommen sie möchten mehr mitglieder für ihr projekt oder für ihren förderverein beispielsweise gewinnen dann ist möglichst viele mitglieder gewinnen kein ziel denn woran messen sie es was sind viele für den einen sind viele zehn für den anderen 20 das heißt wenn sie jetzt sagen wir möchten gerne zehn neue mitglieder in diesem jahr gewinnen dann ist das ein messbares ziel steht für attraktiv wie schon gesagt oder auch abgestimmt das bedeutet dass sie was sie erreichen wollen muss für alle mitglieder attraktiv sein aber auch abgestimmt also dass sie sich untereinander einig sind ja dieses ziel wollen wir erreichen und es ist das ist es uns wert also das wollen wir gemeinsam erreichen er steht für realistisch also da ist es ganz wichtig dass sie sich nicht zu hohe ziele stecken sondern dass sie realistisch gucken was ist wirklich erreichbar für uns denn zu hoch gesteckte ziele können auch frustrierend sein weil sie einfach feststellen okay das ist einfach zu viel das schaffen wir sowieso nicht deswegen überlegen sie vorher was ist möglich was können wir auch erreichen und t steht für terminiert es ist wichtig dass sie sich ein eine zeit setzen bis wann sie ihr ziel erreicht haben wollen das ist zum beispiel auch hilfreich wenn sie auch zwischenschritte planen also zum beispiel nach der hälfte der zeit oder nach einem viertel der zeit sich teilziele stecken also so dass sie dann auch eine zwischen bilanz ziehen können okay bis was haben wir denn bisher überhaupt erreicht und wo müssen wir noch hin das kann sehr hilfreich sein ja das war sie auch schon die smart methode also nicht vergessen ziele müssen spezifisch messbar attraktiv realistisch und terminiert sein ich wünsche ihnen alles gute für ihr fundraising projekt